Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werdet ihr die Highlights des ersten Season 2 Solo Cups sehen. Ursprünglich war ja für das Wochenende eine Solo Halbzeit geplant, am Freitag und Samstag. Das wurde jetzt allerdings eine Woche nach hinten verschoben, das heißt erst am nächsten Freitag und Samstag gibt es dann Solo Halbzeit. Dieses Wochenende gab es dann dafür am Sonntag erst einen kleinen Testcup, wo man einfach ein bisschen zocken konnte, ohne dass es um irgendetwas ging. War auf jeden Fall ganz nice. Wenn euch solche Highlights gefallen oder generell solche Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet und teilt natürlich gerne das Video und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was ich vielleicht noch an den Videos verbessern soll. Oder schreibt mir einfach generell ein Feedback zu meinem Kanal in die Kommentare und vielleicht auch noch ein Video wünscht. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und ihr könnt natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich denke mal, ich werde heute auch wieder streamen. Aber mal schauen, wenn ihr dort ein Follow da lasst, werdet ihr es nicht verpassen. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights. His Das war's. Was ist das? Los von dem. Man kann ja gar keine Börszeit graden. Man kann ja gar keine Börszeit. Ich bin mir nicht sicher, ob der auch... Ich bin mir nicht sicher. 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 Ja, wow. Natürlich ist da oben eine Kante. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Was? Was? Ich bin mir nicht sicher. Beidegen in Kombination mit der Spaß. Was ist das? 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 Was ist das?